Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zum aktuellen Transferreport. Es ist wieder Sonntag und damit auch Zeit auf die aktuellsten News und Gerüchte aus der 1. und 2. Bundesliga zu schauen. Natürlich ist das Transferfenster aktuell zu, es dauert auch ein bisschen bis das nächste Fenster öffnet, aber natürlich laufen bei den Vereinen schon die Planungen für die kommende Saison und da ist vor allen Dingen bei Frankfurt, Schalke, Gladbach, Union und Dortmund einiges los, aber wir haben auch einige weitere News im Gepäck im aktuellen Transferreport der 1. und 2. Liga. Starten wir rein mit Anton Stach, der sich ja in den vergangenen Jahren bei Mainz 05 wirklich prächtig entwickelt hat, zum Nationalspieler gereift ist und logischerweise mit seinen 24 Jahren nun auch den nächsten Schritt gehen könnte. Denn Anton Stach ist natürlich ein durchaus offensiv ausgerichteter 6er und 8er, der mit seiner Präsenz auf dem Feld, seiner Art und Weise sicherlich auch dafür prädestiniert ist, zu einem größeren Vereins als Mainz 05 wechseln zu können. Denn er hat sich bei Mainz durchaus in den Fokus gespielt, auch wenn er die letzten Monate immer wieder so ein bisschen Fletzungspech hatte, denn mehrere Vereine aus der Premier League haben wohl ein Auge auf Stach geworfen. Dort werden unter anderem der FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Western United und Newcastle United genannt. Alle sollen wohl auch schon Scouts nach Deutschland geschickt haben, um den 24-Jährigen genauer unter die Lupe nehmen zu können. Stachs Vertrag in Mainz läuft noch bis 2024 und genau das macht ihn halt so interessant. Wie man hört, besteht zwar die Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr, sollte aber eben die Option nicht wirklich greifen, dann ist natürlich logisch, ein Jahr vor Vertragsende hätte Mainz nochmal die Chance, vor allem auch durch den Verkauf nach England, richtig Kasse zu machen. Andererseits wird es sicherlich auch Vereine in der Bundesliga geben, die Anton Stach möglicherweise auf dem Zettel haben. Und er ist für mich auf jeden Fall ein unglaublich präsenter Mittelfeldspieler, dem ich auf jeden Fall den nächsten Schritt im Sommer zutraue. On top kommt eben auch die vertragliche Situation. Und deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Anton Stach Mainz 05 im Sommer verlässt. Vielleicht eben auch dann in die Premier League. Um die Premier League geht es bei Brayden Manu noch nicht. Da ist der nächste Step erstmal Bundesliga, denn dort möchte der 25-Jährige nächste Saison möglicherweise spielen. Beim SV Darmstadt 98 ist er ja gesetzt, kommt in 18 Zweitligaspielen auf starke 5 Tore und 5 Vorlagen und ist einer der schnellsten Offensivspieler überhaupt in der 2. Liga. Logischerweise ruft das auch Interesse von anderen Vereinen auf und sollten die Lilien den Aufstieg dann doch noch verpassen, erscheint ein Abschied auf jeden Fall aktuell sehr wahrscheinlich zu sein. Darmstadt ist ja relativ souverän an der Tabellenspitze der 2. Liga. Auch der Relegationsplatz ist schon einige Punkte weg. Also es sieht schon sehr, sehr gut aus, dass er eine Bundesliga spielen kann in der kommenden Saison und dann hätte man wohl auch gute Karten Manu behalten zu können, dessen Vertrag dann noch ein weiteres Jahr läuft. Aber der Sportbild zufolge ist Schalke ein Kandidat für einen Transfer, wenn Darmstadt nicht aufsteigen sollte und Schalke nicht absteigen sollte. Die wiederum sind der aktuell Tabellen-18er, 3 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wäre das dann wirklich ein möglicher nächster Schritt für Manu und wie wahrscheinlich ist dieses ganze Szenario? Denn meiner Meinung nach kann man auch schon sagen, dass Manu Darmstadt auch beim Aufstieg verlassen könnte, eben aufgrund seiner Vertragslänge, wenn es eben dann auch andere Bundesligisten geben, die auf dem Zettel haben. Sollte Darmstadt aufsteigen und Schalke absteigen, dann ist natürlich ein Transfer nicht realistisch, weil er aber ein Flügelspieler ist, auch wenn er jetzt öfter mal als zweite Spitze gespielt hat und Schalke dort im Sommer sicherlich nochmal nachlegen will, kann ich mir schon vorstellen, dass er auf der Liste steht. Aber sicherlich ist es schon so, dass Schalke dafür auch auf jeden Fall den Klassenhalt braucht, um eine Chance zu haben bei Braden Manu im Sommer. Eine Chance bei den Bayern hat natürlich auch Rhein-Gravenberg, wobei man dort sagen muss, so richtig angekommen in München ist er ja immer noch nicht. Denn die ordentliche Geschichte ist ja erstmal, dass er letzte Woche gegen Borussia Mönchengladbach zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga von Anfang an ran durfte. Zur Pause war zwar dann auch schon wieder Schluss, aber der 20-Jährige ist natürlich ein Mittelfeldspieler, der deutlich mehr spielen möchte. Nagels, man bemängelt ja hier immer wieder die defensive Verlässlichkeit. Zudem haben wir natürlich hier auch die ordentliche Konkurrenz durch Kimmich und Goretzka. Deswegen ist Gravenberg nicht zufrieden und vielleicht wird es da im Sommer einen Abgang geben. Denn schon im Winter klopfte ja der FC Liverpool wegen einer Leier an, Bayern blockte aber ab. Man glaubt weiterhin an Gravenberg, man möchte ihn nicht verkaufen, aber laut Sport1 klopft Liverpool schon wieder an und zwar diesmal für einen Sommertransfer. Denn die Reds beobachten die aktuelle Situation wohl ganz genau und in seinem Umfeld holte der Klub von Trainer Jürgen Klopp auch schon Erkundigungen ein. Bayern will auch nach wie vor Gravenberg nicht abgeben, das ist der klare Standpunkt, aber ändert sich bis zum Sommer nichts an seiner Rolle, dann wird sich Gravenberg selber sicherlich auch Gedanken machen. Liverpool wiederum will auf jeden Fall im Mittelfeldzentrum umbauen, Jude Bellingham ist ja dort der Wunschkandidat, grundsätzlich wird man aber ohnehin zwei neue Achter holen und da ist eben auch Gravenberg weiterhin unglaublich interessant und könnte, je nachdem wie es bei den Bayern weitergeht, im Sommer nochmal interessant werden. Interessant sind auch Gladbachs Transferplanungen für die kommende Saison, denn es steht ein Unbruch an. Unter anderem auf der Position des linken Verteidigers wird der Rami Benzebaini die Borussia nahezu sicher verlassen, nahezu sicher geht es auch zum BVB, Luka Netz könnte dann sein Nachfolger werden, gesucht wird dann ein weiterer Herausforderer und den hat man nun wohl gefunden. Denn, wie man aus verschiedenen Quellen hört, steht Derek Köhn von Hannover 96 bei BMG im Visier und könnte die Lücke im Sommer füllen. Köhn ist im vergangenen Sommer zu Hannover 96 gewechselt, ein offensiv ausgerichter linker Verteidiger, kommt in 23 Pflichtspielen auf starke zwei Tore und vier Vorlagen und das zeigt auch ganz gut, wo seine Qualitäten liegen. Im Offensivbereich, er ist auch durchaus prädestiniert für eine Dreierkette, gut, da spielt Gladbach aktuell nicht, das hat ja auch unter Adi Hütter nicht so gut funktioniert, aber auch als offensive Variante in einer Viererkette kann das schon durchaus passen. Derek Köhn ist einer, der zu Saisonbeginn vor allem auch echt überzeugt hat, da stammen eben auch seine Score-Up-Punkte her, da hat er wirklich toll funktioniert. Die letzten Wochen war das dann rein vormäßig schon wieder relativ dünn, da hat man eben auch sehr gut gesehen, dass er defensiv große Probleme hat und da ist halt dann die Frage, ob das wirklich so gut zusammenpassen kann, denn unabhängig seiner aktuellen Form ist dann erstmal das Finanzielle. Sein Marktwert beträgt 1,5 Millionen, das ist Geld, was Gladbach natürlich aufbringen kann, aber sein Vertrag läuft halt noch bis 2025, sprich 96, er hat gar keinen Druck, ihn im kommenden Sommer zu verkaufen. Und weil er eben es von der Form her aktuell schon schwierig hat, wäre es meiner Meinung nach für den Spieler essenziell bei Hannover zu bleiben in der kommenden Saison, wo man dann eben auch mit dem Aufschick mitspielen möchte, erst recht ein fester Bestandteil sein, als sich eben dann schon bei Gladbach auf die Bank zu setzen, vielleicht einen zu großen Schritt zu gehen und möglicherweise würde das der Entwicklung gar nicht mal so zwingend helfen. Derik Köhn ist ein interessanter, junger, linke Verteidiger mit seinen 24 Jahren. Ich kann mir schon vorstellen, dass er bei Gladbach auf dem Zettel steht, aber möglicherweise andere Kandidaten ein Ticken realistischer sind. Wie realistisch ein Abgang von Raneke Dira von Union Berlin ist, das kann man sicherlich noch nicht so ganz beurteilen, denn Union spielt ja mal wieder eine absolute Top-Saison und klar, eine solche Top-Saison bringt auch immer Top-Leistungen der Spieler mit und das weckt natürlich Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Denn Raneke Dira soll sich wohl auf dem Radar einiger Premier League Clubs befinden. Gleich sieben Vereine werden von der Insel genannt, die sich angeblich mit der Verpflichtung von Kedira beschäftigen. Liverpool, Everton, Leicester, Newcastle, Tottenham, West Ham und die Wolves sollen wohl den 29-Ring auf dem Zettel haben. Von allen Klubs waren wohl auch so ein Scouts beim 3-1-Erfolg von Union gegen Ajax am vergangenen Donnerstag anwesend und sollen natürlich damit auch durchaus was Gutes gesehen haben von Raneke Dira und dessen Vertrag bei Union läuft ja im Sommer aus. Union möchte ich natürlich sehr, sehr gerne verlängern. Kedira als Führungsspieler, sehr oft auch Kapitän, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Akteur, auch als robuster Sechser prädestiniert für das Spielsystem von Urs Fischer und Kedira selber sagt ja auch schon, dass die Berliner für ihn der erste Ansprechpartner sind. Konkrete Berichte zu einer möglichen Vertragsverlängerung gab es aber bislang eben auch noch nicht. Also wirklich klar ist die Lage rund um Raneke Dira auf jeden Fall nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er durchaus interessiert daran ist, auch nochmal was anderes zu machen, eben jetzt auch die Chance zu nutzen, zu einem noch größeren Klub zu wechseln. Andererseits weiß sicher Joch Kedira, was er an Union hat, wie gut er sich dort entwickelt hat, wie perfekt er dort auch einfach reinpasst. Und deswegen würde ich auch hier eine Vertragsverlängerung noch lange nicht ausschließen. Eine Vertragsverlängerung wird es wohl von Jonathan David bei OSC Lille erstmal nicht geben. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2025, aber im nächsten Sommer möchte der Kanadier wohlmöglich den nächsten Schritt gehen. Und dieser nächste Schritt könnte tatsächlich RB Leipzig bedeuten, denn die wiederum haben großes Interesse am Nationalspieler. In der League A ist David mit 15 Toren und 4 Vorlagen nach 23 Spielen der Topscorer. Und bei der WM in Katar kam er ja ebenfalls zum Einsatz. Und da ist natürlich die spannende Frage, Jonathan David und Leipzig, ist das wirklich realistisch? David ist 23 Jahre jung, steht wohlmöglich auch bei anderen größeren Vereinen auf dem Zettel. Vor allem auch Man United wird hier immer und immer wieder genannt. Aber er hat eben auch einen Marktwert von 45 Millionen Euro. Ist jemand, der sich im Sturmzentrum am wohlsten fühlt, auch durchaus mal als hängende Spitze agieren kann. Und da hat ja RB durchaus schon Spieler, die da reinpassen, mitten Timo Werner, mit Andres Silva, Yusuf Paulsen. Im Sommer kommt Benjamin Schesko, dem man natürlich auch durchaus eine Chance geben möchte. Da bin ich halt wirklich mal sehr gespannt, ob das denn passen kann mit Jonathan David. Er ist ein unglaublich spannender Spieler, der in Frankreich bei Lille auf jeden Fall überzeugt hat. Deswegen traue ich ihm den nächsten Schritt auch auf jeden Fall zu. Ob das aber bei Leipzig sein wird, ich glaube irgendwie noch nicht so wirklich dran. Eine andere Geschichte, die da aber bei RB Leipzig deutlich konkreter ist, ist die mit Nikolas Seiwald. Klar, die Wege nach Salzburg sind nicht wirklich lang. Und der Transfer von Seiwald zu RB Leipzig steht wohl mittlerweile auch kurz vor dem Vollzug. Denn nach Sky-Informationen aktiviert RBL eine Ausstiegsklausel des 21-jährigen Österreichers. Und somit wird Leipzig wohl 20 Millionen Euro nach Salzburg überweisen, um Seiwald als neuen Mittelfeldspieler zu bekommen. Seiwald soll auch einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Und dann eben auch die Nachfolge von Konrad Leimann treten. Der wiederum soll er im Sommer ablösefrei zum FC Bayern München wechseln. Generell sind da solche Geschichten von RB Salzburg zu RB Leipzig schon Gewohnheit und relativ normal. Deswegen kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass dieser Deal über die Bühne gehen wird. Seiwald als Mittelfeldspieler, der in Österreich über Jahre hinweg sich jetzt toll entwickelt hat, ist auf jeden Fall einer, dem ich die Bundesliga zutraue. Der bei Leipzig sicherlich auch perfekt zum Stil von Marco Rose passt und ein sehr, sehr interessanter Spieler ist, um dann eben auch Konrad Leimann zu ersetzen. Der Wechsel von Daichi Kamada zu Borussia Dortmund nimmt ja konkrete Formen an. Am Donnerstag wurde ja von einer grundsätzlichen Einigung zwischen Dortmund und Kamada berichtet. Und mittlerweile ist wohl auch schon klar, wie viel Geld Dortmund für diesen eigentlich ja ablösefreien Deal bezahlen wird. Denn die Verpflichtung von Kamada lässt sich Dortmund wohl auf jeden Fall einiges kosten. Denn die Schwarz-Gelben legen nach Informationen von Sport1 insgesamt 12 Millionen Euro Handgeld auf den Tisch. Acht davon gehen direkt an Kamada, den Rest, sprich vier, streichen dann noch seine Berater ein. Obendrauf kommt natürlich das Gehalt des Japaners. Sky berichtet hier immer wieder von 5 Millionen Euro. Sport1 bestätigt da Informationen der Frankfurter Rundschau. Vom Donnerstagabend laut dem Kamada ein 5-Jahres-Vertrag unterschreiben soll, der im jährlich bis zu 6 Millionen Euro einbringen soll. Und deswegen wird eben dann insgesamt ungefähr 40 Millionen Euro für den 26-Jährigen fällig. Bei Antracht Frankfurt hat sich ja Kamada in den letzten Jahren unglaublich gut entwickelt. Auch in dieser Saison nochmal einen Schritt gemacht als Achter. Mittlerweile eher im Einsatz auf der Doppel-6. Spielt er ja dort, was für ihn eine durchaus ungewohnte Position vielleicht zu Beginn war. Er mittlerweile aber toll ausfüllt. Ein vorliegendes Angebot zur Verlängerung hat er ja in Frankfurt aber weiterhin nicht angenommen. Und mit dem BVB soll er sich ja hingegen zumindest mal grundsätzlich einig sein. In Dortmund könnt ihr eben dann auch den Kaderplatz von Modahut einnehmen. Wie gesagt, Daichi Kamada jetzt nicht mehr dieser typische Zehner, der nur dort spielen kann, sondern auch er mittlerweile ein Achter, der sogar auf einer Doppel-6 als offensive Variante durchaus funktionieren kann. Ein sehr interessanter Spieler. Dortmund wird möglicherweise zuschlagen und ist eben auch bereit, ordentlich Geld dafür auf den Tisch zu legen. Und somit war das der aktuelle Transferreport aus der 1. und 2. Liga. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Schreibt auch.